Schönen guten Tag und willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Rebirth, Afterbirth, genau. Und wir spielen mit Isaac. Und wie man sieht, ich habe immer noch nicht den D6 freigeschaltet. Ich glaube, das ist eine der einfachsten Sachen überhaupt. Hi, Raum, Peace, wie geht's? So, besser, ne, besser, letzte Folge, besser, besser, auf jeden Fall. Sieht zwar total wenig, aber besser. Alles cool. Alles klar. Ich habe keine Ahnung. Wie? Alles klar. Gut. Nein, uncool. Besser. Besser. Sie haben sich gegenseitig getötet. Das war eindeutig besser. Wirklich? Mhm. Ach komm. Direkt noch Bossraum hinterher. Natürlich. Los geht's. Mit leichteren Gegner hätten sie nicht finden können. Mit einem Herz. Kein Damage. Wann die vier Reiter nicht von einem Event beim Anfang gewesen? I don't know. Ich hasse diese Drei-Dingens-Spuck-Technik. Na, alles klar. Keep auf mich. Uh, los geht's weiter. War ja fast cool gerade. Das scheint doch ein netter Raum zu sein. Jo. Das war, das war, nein. Das war gemein. Oh Mann da. Die hätte ich Porn gebrauchen können. Ich bin mir nicht sicher, was das macht, aber... Na, okay. Spawn spinnen. Lässt spinnenfreundlich sein. Irgendwas muss spinnen. Halbes Herz, das hat sich sowieso erledigt für mich. Okay, die Hoffnung aufgeben, aber das hat sich sowieso erledigt für mich. Natürlich. Wow. Wow. Der hinterlässt eine Spur. Wow. Hi. Wow. Alles cool. Ah, wenn ich einen Gegner töte, kommt eine Spinne raus. Das ist nett. Danke. Cube of Meat für den Schutz. Und die Gabel spawnt Herzen. Ja, nein, doch vielleicht. Ich habe doch keine Bombe mehr. Ich habe doch mal eine Bombe gehabt. Oder? Echt? Okay. Schlüssel, Geld ist auch alles weg, leer, was auch immer. Nächste Ebene. Los geht's. Besser. Besser, Leute. Besser. Ahem. Ahem. Das machen wir jetzt mal besser. Wenn ich mal Gegner kommen würde, die mir direkt ins Gesicht springen wollen. Das Gesichtsrennen geht ja noch, aber springen ist nicht gemein. 24. Besser. Hi. Oh, ich habe sogar einen Schlüssel. Ich weiß noch nicht woher, aber ich habe einen Schlüssel. Er zieht eine Spur unter mir. Verlangsamt Gegner. Oh, alles klar. Hi. Bisschen groß, ne? Noch ein bisschen. Schlüssel. Seelenherz. Nice. Damage abwendet. Danke. 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 Alles cool. Nicht mal zum Buzz. Monstro. Monstro ist machbar. Nicht mit so vielen nebenbei herrennen. Ah, ich kann mich nicht auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren in Isaac. So. Machbar. Machbar. Besser. Ja. An dieser Stelle grüße ich meine Katze Maxi. Hi. Maxi, wie geht's? Alles klar. Ich weiß echt nicht mehr, was ich labern soll darum. Ich habe mich zu lange aufgenommen. Ach, schön wenn er verlangsamt ist. Dann spring nochmal. Oh, natürlich lasse ich mich noch treffen. Puh. Aber. Shoot Speed Up. Das ist nett. Das ist ein schönes Item. Das ist auch ein schönes Item. Die Schaufel nicht so. Genau. Okay. Besser. Schlüssel. Keine Bombe. Ich glaube ich gehe mal weiter. Kannst du ja jetzt wieder den ganzen Raum machen. Aber irgendwie gerade so. Hm. Besser. Ist ja immer noch offen. So. Kein Curse. Nichts. Alles cool. Das war knapp. So viel dazu zum Thema. Das war knapp. Wow. Das war knapp. Aber auch. Alle tot. Schön. Keine Bombe. Keine Herzen. Na gut doch. Aber nicht genug für mich. Blitzikaki. Alles cool. Oder auch nicht. Bumpe. Nein. Stopp. Hör auf. Hör auf. Nein. Was hat. Ach. Die schießen auch noch. Okay. Ich möchte sagen. Die haben mich noch nicht berührt. Das ist ein netter, blöder Raum. Schlüssel. Blauer Stein. Guten Tag. Du kommst mit. So. Was haben wir hier? Stachelraum. Soll ich mich von meinem Herz wieder verabschieden? Nein. 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 Ich glaube das Revolts immer meiner Items. Pro Ebene. Glaub ich. Missing No? War es das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es nicht gut ist. Tja, Spinner. Das war wohl nichts. Ich glaube ich brauche ein Leer-Tasten-Item. Da puffst man random Bomben aus. Ich werde sterben. Mit diesem Weitem. Mit diesem Weitem. Ich hatte sogar noch eine Bombe gehabt. Das weiß ich gerade nicht. Mhm. Hi. Mega-bar. Wie geht's? Alles klar. Diese Baume wird mich töten. Ich habe schon gewundert, wieso Pups ist der Gegner jetzt? Aber das war ich. Oh, dieses Shootspeed Up ist so schön. Damage Up auf einem Auge. Okay. Kann man machen. einen Schlüssel. Ich glaube, ich gehe mal in den Shop. Los. Welcher von beiden ist der Shop? Jedenfalls nicht der, in den ich jetzt reingehen werde. Wahrscheinlich. Der Re-World. Alles auf dem Boden. Und die Items. Tour of Diamonds. Tour of Diamonds. Destruction. Wieso kaufe ich überhaupt? Ich habe nur eine Rune. Tour of Diamonds. Okay. Hätte ich jetzt noch einen Schlüssel, wäre es voll cool. Hm. Ich könnte jetzt die ganze Zeit schießen und hoffen, dass ich pupse. Wenn ich jetzt einen blauen Stein sehen würde. Dann könnte ich den Goldraum suchen. Ich könnte so viel Scheiß damit machen. Ich könnte zum Beispiel versuchen, hier an die Münzen ranzukommen. So ein Scheiß. Ja, dann gucken wir, ob hier der Goldraum ist. Äh, der Geheimraum. Dieses Item ist so unnötig nötig. Cool. Hier ist gleich drei Bomben. Sprengen wir mal den. Hehehe. Hehehe. Hehehehe. So unnötig... Aber nice. Ich glaub's nicht. Ähm... Mmmh... Super Secret Room. das ist echt nicht witzig aber irgendwie doch ja doch doch es ist witzig das könnte man zwar sagen kerle lachen über jeden scheiß aber also scheiß witze und so dass der effekt aber auch jedes mal kommt wenn man das dauert ja nicht mal lange das ist ja nicht mal voll random sondern danke das war's suchen wert das item ist so es wird mich töten da ist nicht dran zu kommen das habe ich nicht das ist doch cool das item ist voll nice man muss halt nur auf das pupsen achten und es ist halt ein bisschen auffällig wenn da etwas pupst außer man hat dingle dann kann es verwirrend sein also dingle als boss ne ich habe heute gesehen es gibt ein goat hat baby ich weiß zwar nicht was es macht aber ich habe gesehen wie ein youtuber das freigeschaltet hat wenn man mit lilith ich weiß nicht immer mit lilith hat er gemacht ich weiß nicht mehr was es war meiste informationen hier ich habe geld das ist nicht 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 8 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 11 12 12 15 12 14 15 15 15 15 Das ist echt ne Scheiß-Kombi, haha. Irgendwie schäme ich mich ein bisschen, aber es ist auch so nice, um wahr zu sein. Und was alle so sagen, stimmt richtig. Ich hab, als ich die letzten Tage geübt hab, bevor ich Afterbirth hatte, hab ich kaum Geld zusammengekratzt gekriegt. Und jetzt, ich weiß nicht, sieht man ja. Hirofant, danke. Hirofant, okay. Ja, die Seite wird mich töten. Von praktisch Nutzen abgesehen, es wird mich töten. Rangetown, meh. Bei den Gegnern ist es halt praktisch, aber sonst... Geheimräume suchen, allgemein, um irgendein Scheiß-Kram zu machen. Noch mehr Geld. Hi. War nicht mal mit Absicht gerade. Oh, blauer Stein. Ich hab zwar genug Bomben, aber es ist mir irgendwie wert. Er hat doch nicht... Ich hab nicht das Scheiß-Geräusch gehört. Gab's ein Scheiß-Geräusch? Mehr Pinn, glaub ich. Und die Bibel, nehm ich mal mit, weil ich nichts anderes grad hab. Schlüssel. Das ist die Karte. Emperor bringt mich zum Boss. Ja, bringt mich zum Boss. Das ist der Ein. Oh, okay. Alles klar. Der Weg halt direkt los hier. Ich dachte, ich kann doch schnell hier wegfliegen. Ich hab einen Rangetown gehabt. Meh. Der letzte Mal ist unnötig. Tier ist ab. Schön und nett. Damit... Jetzt kann ich einen Kreis ziehen. Nun kommt ein Pentagramm-Zeichen und... Bla. Macht Schaden. Auf dem Boden. Ich sing Page 2. Wollen wir mal hoffen, dass mich die Bombe nicht erwischt? Ab jetzt bin ich dran. Okay. RIP. GG. Das war's. Und auch nicht. Super Secret Room? Super Secret Room? Super Secret Room. Herzen. Bochtag Bam. Das war knapp. Fass noch dumm halt gemacht. Was laber ich da? Hallo. Ich wollte warten, bis meine Bibel aufgeladen ist. Ich war im Shop, ich war im Goldraum. Ich hab auf mein Lack gehofft, dass ich noch einen Schlüssel krieg. Mh. 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 Full Clear hier. Ich will ja eben nicht huschen hier. Das würde ich sowieso nicht packen. Kleiner Raum. Mh. Könnte gefährlich werden, ja. Wo könnte der Geheimraum sein? Nein. Da oben jedenfalls nicht. Hier rechts auch nicht. Da unten rechts auch nicht. Da unten rechts auch nicht. Hier oben vielleicht. Boah, die Tiere sind schon richtig nice. Wie wär's mit irgendwas coolem und nettem und coolem? Okay. Zum Thema, man kriegt gleich Geld. Seit Afterbirth? Irgendwo stimmt's schon. Und das Scheiß-Item ist sowas von geil. Okay, es ist nicht... Es ist so unnötig. Aber ich würd's... Ah. Na. Egal. Ich laber schon wieder Scheiß. Sorry, wenn ich ins Mikro atme. Ich hab ein neues Headset und... Mh. Ich bin so einfach noch nicht gewohnt. Normalerweise hab ich mein... Mikro auf dem Tisch. Jetzt hab ich wieder unterm Kinn und... Hi. Ah. Okay. Damit kann ich... Alle verlangsamen. Alle verlangsamen. Ich wollte nicht grad Spinnenspawn sagen. Nein. Und cool. Nachdem man weiß, wie man drauf achten sollte... Geht's. Oh, nö. Oh. Na ja. Lass mich durch. Ich bin Isaac. Mystery-Sack. Ähm. Mystery-Sack. Ähm. Nice. Ob der mir wohl irgendwas Nettes geben kann. Das kann mir alles geben. Ich hab... Fliege... Nein. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen, Kuma. Schlüsse. Stimmt's. Nicht schießen. Ich hab's recht. Spinn. 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 Wieso hab ich's genommen? Ich wusste doch, dass Spinn ist. Genie. Genie. Ja, genau deswegen, weil ich ein Genie bin. Okay. War das nichts? Ach, ich frag gar nichts. So, kein Plan. Scheinbar. Das war... mehr Glück als Verstand. Ja, nein. Besser. 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 Hab's ja versprochen, ne? Ach, nö. Ja, alles klar. Danke. Danke. Kann ich die zwei Münzen da aufheben, ohne dass alles wieder vorn losgeht? Ja, kann ich. Ähm, hi. Das find ich uncool von dir, dass du existierst. Danke. 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 Genau. Das wollte ich auch grad sagen. Was war das? Ich will nicht. Oh nein, ich bin tot. 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 Was hat mich getroffen? Ach, die Scheiße, die ich selbst gepupst hab. Ich sag doch, ist das ein Scheiß-Item. Und es wird mich töten. Ah, na, aber besser. Und das nächste Mal wird's wieder besser, besser. Ich hätte Fliegen einsetzen sollen. Ah, ich duldi. Nächstes Mal. Besser. Besser? Besser. Besser. Stärker. Besser. Tut mir leid, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschü tschü. Besser. 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 Untertitelung des ZDF, 2020